Ja, die Mädels haben nicht nur ein Hals, also jetzt fängt so eine Bitch-Fight an, hier. Round One! Hi! Nein, gib nicht! Sieh nicht! Sie geht raus! Sie geht raus, weil sie hat mich beleidigt. Sie geht raus. Sie soll rausgehen. Ich sag hier nichts dazu. Sie soll rausgehen. Oh mein Gott, ey. Wer soll rausgehen? Du sollst auch rausgehen. Du kannst nicht mal. Fickst nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich für ein Problem habe. Wir sind bei Team Fission, ja. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt jemanden teilen, denke ich mal. Wir vertragen uns jetzt, du auch, Hanni, bei allen. Ich nicht, also sie nicht. Sie hat gerade gesagt, I don't fucking care. Du kannst dich verfissen, es fack. Alle vertragen einfach. Du kannst dich verfissen, es fack. Maria war ja wie ein Pitbull. Auf alle los. Komm mal runter. Hanni, du auch. Bleib mal am Boden. Ich bin Selina. Okay, dann Bitch. Sie ist geladen. Ich hab mich sehr angegriffen gefühlt. Sehr. Weil auf einmal kamen alle raus wie Kakerlacken. Ja und haben mich angegriffen. Also fühlst du dich ab, als wärst du die Prinzessin. Nee, mach ich nicht. Tust du aber. Hör doch auf. Du beleidigst. Was ist denn los bei dir? Are you serious? Was ist das denn ich gehörte? Hallo, time out fucking, fucking time out. Okay? Seriously. Haltet mal eine kurze Klappe. Was ist euer fucking Problem? Also die Maria verankert sich etwas in ihrem Kopf, was sie uns alle nicht erklären können. Also sie und die, die planen auf gar keinen Fall hier. Auf gar keinen Fall. Ich glaub wahrscheinlich, dass sie hier verheiratet aus dem Haus geht. Von dir, Hani, auch ein bisschen übertrieben manche Situationen. Einfach mal entspannen. Auch keinen hier beleidigen. Mach ich. Auf keinen Fall. Ja. Keinen beleidigen hier. Are you serious? Ja. Kannst du Deutsch reden? Ja, ich kann das reden. Du Missgeburt. Ich kann das reden. Hey. Hey. Maria. Übertreib mal. Missgeburt, wenn du dich ins Gesicht spucken. Mach das. Mach das. Ja, dann mach das. Ich würde gerne rauchen. Ich würde gerne rauchen. Ich würde gerne rauchen. Dann geh. Dann geh nach Hause am besten. Halt die Fresse und ich klatsch dir an. Wer macht das so? Maria. Das ist schon unterste Schublade. Du Missgeburt. Das ist einfach unter aller Sau. Deswegen hat es bei mir jetzt auch verschissen. Ah, nicht wahr. Ja, ich kann auch nicht mehr. Kein Bock mehr. Ah. Das ist schon eine harte Nummer. Das liegt bis an dir. Ich habe hier nichts damit zu tun. Der Kevin findet das überhaupt nicht cool, was die Maria gemacht hat. Aber er vertritt seine Meinung auch nicht. Dann muss ihr das einfach auch sagen. Und du hältst an uns den. Ich halte zu gar keinen. Dann steh doch einfach drüber. Ich muss hier keinem irgendwie Rechenschaft schuldig sein für das, was ich hier tue. Ja. Ich gehe schlafen. Ja. Ja. Jetzt wird mir auch zu viel langsam. Ja. 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 Ja.